Was hast du gemacht? Was hast du gemacht, wenn du alles aufschlossen hast? Du gehst auf deinem Pensoll und kommst auf dich hin! Seid still! Bitte! So, erstes, ein großer, großer Triangle. Geh deine Hand und schau dich nicht zu spüren! Bitte, nur einmal still! Oh Gott! Hä? Es ist so dunkel hier! Alter, das ist ein Fettsack! Das ist ein Riese! Das ist ein Riese! Sorry, ich muss das Spiel... ...etwas heller machen. So. Besser für mich und besser für euch. Schaut euch das Riesenvieh an! Oh Gott! War das schlau? We fixed it! Was war das? Hallo? Alles gut? Sind wir Freunde? Ich hoffe mal, wir sind Freunde! Ich hoffe mal, wir sind Freunde! Oh Gott! Oh Gott! Das ist die Mutter von Gott! Ich bin der Mutter von Gott! Ich bin der Mutter von Gott! Das Spiel ist irgendwie schrecklich. Schrecklich gut. Eins von beidem. Okay, und jetzt? Wie kann man die Notes anschauen? Ich schicke sie immer noch nicht. Equip. Ne, wollte ich nicht. Oh, fuck it. Sorry, ich muss da noch mal kurz schauen. Investigate. Weapons. Quick turn. Map. Files. F. Stage. Das ist nicht das. Es stand doch hier oben, oder? Aber ich habe das. Zweimal Quadrat. Einmal Dreieck. Sechsmal Kreis. Zwei, eins, sechs, sechs. Ich glaube, da fällt immer noch etwas. Ach so. Ach so, was? Ne. Bin ich hier mit dem Dorf? Hä? 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 Wait. Ist irgendwie doof, dass man hier rein muss. Okay, ich glaube ich, ich habe es, glaube ich, gecheckt. Man muss diese Dinge hier raus kristallisieren. Ich mache kurz ein Foto von dem Zeug hier. Okay, sonst muss ich da die ganze Zeit hin und her wieder laufen und... Also, Quadrat sind zwei. Dreieck ist minus eins. Also sind zwei plus das, werden eins. Man muss dann irgendwie... ...diese... ...Zeitsprünge hier... ...wahrscheinlich herausfinden. Okay. Hier braucht man zehn. schön dass der kreis in der luft schwebt 3 3 der kreis plus 6 würde ich eigentlich sagen 2 mal das und das dann wird das eigentlich 4 minus 1 sind 3 right yes dann brauchen wir hier 10 also 6 plus 4 1 6 plus 4 und hier muss man 7 also 4 6 plus 2 minus 1 6 plus 2 minus 1 dann sollten wir eigentlich da reinkommen hoffentlich ok was geschafft nichts gutes ach so tief dass es gar nicht mehr tiefer geht da kommt doch gleich was raus nicht ok ich geh erstmal da schauen das ist ne lange demo irgendwie ich geh erstmal in die andere tür noch schauen ob da was ist ich habe ja eine karte ich habe ja eine karte ich habe ja eine karte da kommt man wieder hier zurück ich gehe trotzdem erstmal da drüben schauen halte das gefällt mir gar nicht ich hasse eigentlich solche puppenspiele irgendwie aber gut ich habe keinen tape mehr das ist doof ich glaube die stehen doch wieder auf oder nicht du bist ugly du bist ugly was tools tools hier gibt es nichts nichts neues für mich ich kann hier wenigstens speichern kostet 5 cent public health station public health station exit ok ok du scheinst so tor zu sein schlüssel breakernode frank ray seems pretty interested in this year lately so i went ahead and hit hit the doors fuses in those lockboxes around the basement there's one in this hall puppet storage the locker room and the hangout by the punch card machines ok ok du bleibst doch hoffentlich tot it's locked views ok das heißt hey there kids i live in your tv center that's right man muss jetzt wieder überall zurückgehen inside of your tv i can see wires and chips and a big big hey the big fat nothing sei hey keVELIX STILL wow really was ist das Fuck you! There's no power! Man braucht Strom um den Lift zu betätigen. Endstuft! Das Spiel ist schrecklich. Alter! Nee. Was? Ich will hier raus. Ich will hier raus. Tschüss! Willkommen! Willkommen! Oh, I don't know! Where are you? No! Ich möchte dich da runter schiessen! Ah! 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 Hello! As many as I can fucking implement địnhois. Here! Here! I wonder what the hell are my friends! Von wo kam ich? Muss ich da durch? Ich habe echt keine Ahnung mehr. Ich habe keine Ahnung mehr, tschüss. Das Game ist schrecklich. Auch dass ich keine Tapes habe.